Wir reden über die AOK und jetzt von mir. Also ich habe ein Sohn für euch, dass AOK ein Problem hat. Das war ein Ries-Troß-Problem. Und dann haben wir den, den sollen jetzt mal was machen. Und der AOK war mal so ähnlich. Aber ich habe einen Wechsel und bin sicher zur Seite. Und ich glaube vorher, ich mache auch mal Wechsel. Ja, der AOK an. Und es war ein bisschen schlimm. Ein richtiges Katastrophe. Und das war nicht nett. Und das war, ich habe das mal gehört, ja, der Semis-Tasastrophe zu euch. Das könnte sein, ein Dachlöch. Und Balte rief so, da hat sie 7 Millionen Pfunde und so. Und da habe ich zum Mut und Balte hinter sich. Und die, äh, ja, und das, die, die da so, ja, Leute, die Fall, immer, ich bin ein bisschen müde, immer, das war, also das rief da gleich so drüber. Genau. Und das wird richtig ernst. Leute, ich habe das so, dass ihr bitte vorzahlen. Und mal überlegt, das für eure Frage, überlegt es euch mal und kauft mal. Und genau. Und was machen wir erst. Ich denke euch gerade, guckt mal, Webseite, ähm, ich frage euch ja, genau. Und ich gucke mal, was macht. Oder ihr denkt mal, äh, die Polizei, fragt, hey, hast du eine Idee? Genau. So. Dass ihr, äh, fahrt, was passiert. Ich hab mal verfahren. Und das, äh, ziemlich, äh, schlimmer wird. Das, genau. Und das war, genau, so, das, genau. Er kam, tja, Herr Chef, er kam, warum er hat hier nicht mal uns. Der war nun, pieptonschick und witzes, wer war. Ja. Ja. Das, das, ist, der Titel Astrof. Und der Titel Astrof 5. Ja. Das, ich denke, wird noch ein paar Untersuche. Der Titel Astrof 5. Und, äh, Herr Kollege, da, Internetportfile, dann auch mal, was machen, da. So. Ich denke, äh, das, äh, hieß da vielleicht, passiert, sein. Hm. Jetzt. Das war's heute, euer Kripsan. Fall, äh, äh, war vielleicht, äh, Kollege. Das war's heute, euer Kripsan. Und das war's. Und tschüss.